An diese Tasche komme ich anscheinend auch nicht ran. Ach, ich kann also diese Schneehaufen zerstören. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder kämpfen. Ich finde, das ist hier fast ein bisschen selten gerade. Gut, wir haben natürlich auch eigentlich eine Mission. Die ich nicht so richtig verfolge im Moment. Aber das wird schon. Schauen wir erst noch ins Kino. Eins nach dem anderen. Zumindest haben wir dann schon mal jedes Haus erkundet. Und jetzt für Ihre Feature-Präsentation. Der klassische Re-Re-Re-Re-Re-Lease von Star Wars The Empire Strikes Battle. In dieser Version, das Wort Wookiee hat sich verabschiedet. In dieser Version, das Wort Wookiee hat sich verabschiedet. In dieser Version, das Wort Wookiee hat sich verabschiedet. Ob Wookiee auch mal die Plätze wechseln, das heißt, dass ich praktisch dann auch an die anderen Siegseher rankomme. Rob Schneider ist ein Stabler. Ich weiß es nicht. Die werfen wir einfach mal. Hier kann ich das Popcorn umschmeißen. Auf dem Stuhl leider nicht. Gibt es für uns noch irgendwas nicht so, wie es aussieht. Dann kommen wir später mal wieder und schauen, ob sich da die Sitzplatzverteilung geändert hat. Und wir vielleicht die anderen Stühle auch noch zerstören können. Dann haben wir noch so ein komischees Pokémon. Und auf in den Kampf. Den rücheln wir wie immer. Der ist auch fast tot. Der wird auch seiner Blutverletzung da ziemlich schnell erlegen, schätze ich. Da hat doch gar nichts geblinkt gerade. Ja komm, dann kommt er doch. Oh. Wart das blutet, aber das juckt mir jetzt nicht besonders. Ach, das hätte ich mir ja auch sparen können, weil das sowieso gleich tot. Aber egal. Damit haben wir den ersten getötet. Butter, das kann hier noch den letzten Angriff starten. Wenn er nicht abgewehrt wird. Doch, er wird abgewehrt. Und Butter stört jetzt sowieso. Aber das ist ja bloß fair, dass wir hier eins gegen eins machen. Oh, es ist auf! Und er hat doch sowieso keine Chance. Er ist irgendwo ein Lappen. Na, haben wir den nächsten Kampf. Super gewonnen. Wir können keine Heiltränke mehr mitnehmen. Das ist natürlich schade. Da hätten wir vielleicht mal einen einsetzen sollen. Da stalkt jemand anscheinend ein bisschen. Können wir zu dem hin. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Okay. Schweinbeermann. Sehr cool. Ich weiß, dass du Angst hast. Aber ich brauche Hilfe. Geh diese und place sie in der Location, die auf dem ManBeer-Map. Und jetzt werde ich dich auf Facebook machen. Das ist sehr prestigiös. Du hast meine E-Mail jetzt. Aber nicht das zu niemandem. Das ist super faszinierend. Das ist super faszinierend. Hör auf! Wir müssen wissen, ob ManBeer-Pig hier ist oder nicht. Seltsam. Oh, hier könnte man vielleicht mal ein bisschen unter den Rock gucken. Oder eben auch nicht. Ganz viele Sensoren. Okay. Ich glaube, mit Twig sollten wir sowieso reden. Ja, können wir gleich mit dem Quatschen. Sehr schön. Hier können wir gerade nichts machen. Außer hier aufbrechen. Hallo. Jetzt. Da nehmen wir natürlich wieder alles mit. Ich erwähne es immer wieder. Schulkinder sollten also unbedingt Kaffee trinken. Deshalb ist Twig, glaube ich, auch so, wie er ist. Oh, jetzt? Jetzt? Die Leute brauchen mich jetzt? Oh, es gibt keinen Weg, Mann. Ich habe viel zu viel zu tun. Wie soll ich das alles tun? Warte, du! Können Sie gehen, die 4 Uhr-Führung von mir? Wenn du das tun, kann ich hierher und dann habe ich noch Zeit, um zu spielen. Bitte! Würde, du? Es ist ein Kinnyshaus. Wie immer. Du gibst ihnen das, sie geben dir die Erfüllung. Wie soll ich das alles tun? Das heißt also, jede Aufgabe, die ich erfülle, bürgt erst mal 20 neue Aufgaben, die ich dazu erfüllen muss. Ergibt natürlich Sinn, um dann einfach das Gameplay in die Länge zu ziehen. Aber auch das noch momentan auf eine angenehme Art und Weise. Es ist noch nicht störend. Ich brauche mehr Kaffee! Ich weiß bloß nicht mehr, wo Kennys Haus war. Oder ob wir das überhaupt schon gefunden hatten. Wir werden uns einfach auf die Suche begeben. Irgendwo muss es ja sein. Da ist dieses komische Ding mit den 6 Titten, was manchmal im Ladebildschirm kommt. Das hätte ich echt gerne. Vielleicht können wir das später noch holen. Wenn wir dann stark genug sind, um Bänke zu verrücken. Da haben wir den nächsten Wegpunkt. Und da haben wir den Obdachlosen. Wie soll man noch verkügelen? Den Level 2 Zahnstocher könnten wir aktivieren oder den Toten Vogel? Wie würde das denn ausschauen? Davon sieht man nichts. Ja, machen wir einfach. Ist ja egal. Wir können es uns einfach leisten. Können wir hier auch was verkaufen? Die können wir nicht. Dann schauen wir erst mal, ob wir den hier ändern. Das können wir anlegen. Jetzt sind unsere Angriffe widerlich. Aber widerl. Spruch so schön ist lieber widerlich als widerlich. Widerlich. Aber wir sollten eigentlich ziemlich sicher Obdachlose umbringen. Tut mir leid, Frau Bürgermeisterin. Es funktioniert eben nicht. Aber jetzt kommen wir hier hoch. Können die Katze streicheln. und kommen auf dieses Gelände und schauen mal, was wir hier drin so Schönes finden können. Da können wir denke ich durch die Tür durch. Die hat einen gelben Griff. Hier scheint nicht sonderlich viel los zu sein. Aber irgendwas haben wir gerade geöffnet. Die Frage ist nur was. Hier kann ich weiter nichts machen und auch nichts sehen. Ach, wir haben das Rolltor geöffnet. Das wird es uns vermutlich in Zukunft leichter machen. Hier kommen wir überall bloß mit den Lagerschlüsseln rein. Aber den Lagerschlüssel zur Chaoskrieg haben wir zum Beispiel schon gefunden. Das werde ich jetzt einfach mal riskieren. Ohne sollte ich vielleicht hier oben das einfach zerstören. Was ist das nicht passiert? Generalvergnung haben wir jetzt auch. Mal schauen, was wir hier noch alles finden. Da haben wir jedenfalls noch so ein kommendes Pokémon. Aber dann müssen wir von unten nach oben, so wie es aussieht. Aber ich habe auch schon die Leiter gesehen. Da gehen wir einfach mal hier hinten durch. Wenn wir denn da durchkommen. von hier anscheinend nicht. Aber hier geht es weiter. Und so bekommen wir das Ding auch. Irgendwann haben wir bestimmt die komplette Sammlung voll. Ich bin gespannt, was es uns bringt. da hinten haben wir auch noch so eine Schatzkiste. Ach, Glasscheiben kann man auch sammeln. Wer weiß, was uns das noch bringt. Mülltonnen wollten wir auch alle kaputt machen. So, aber hier geht es nicht weiter. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Schaut nicht so aus. So wie es aussieht, ist hier dann auch schon ziemlich Ende. Da sind ein Haufen Ratten. Die wir aber im Moment so wie es aussieht nicht zerstören können. Aber sie greifen uns an. Dann schauen wir mal den Weg da hinten lang. Da sind noch mehr Elfen. Kann man hier was mit der Klingel machen. Oder mit den Kühen. Ja, die Mungen dann halt. Aber die trägten wir auch weg. Dann machen wir erst mal achso, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier die Fähigkeiten mit denen hier hinten einfach mal meucheln. da kann einfach sterben. Hier machen wir diesen komischen Hammer. Da habe ich auch nichts gesehen. Also irgendwie blinkt das gar nicht auf. Die müssen wir bloß verteidigen. Das kann helfen. Dann können wir die jetzt so nach und nach einfach umbringen. Die Butters müssen wir gleich wieder heilen. aber zuerst bringen wir den hier um. Er hat leider nichts gemacht. Nehmen wir den Heiltrank. Davon haben wir nämlich mehr als genug. Heiltrank. Achso, es gibt das Gegenstand muss drücken natürlich. Dann ist Butters eigentlich hätte er geheilt sein sollen. Hat wohl nicht funktioniert. Dann greifen wir sie noch mal an. Und zwar das ist tot. Aber das werden wir uns schon schaffen. Wir müssen die Abnose irgendwie umbringen. Oh, jeez. Und uns ein Potschen verteidigen. Aber wir sind wieder gestorben. Und auch mit diesem Tod würde ich wieder die Aufnahme beenden. Beim nächsten Mal werden wir diesen Kampf sicherlich wieder schaffen. So wie es beim letzten Mal auch funktioniert hat. bis dahin wird es für euch gar nicht so lange dauern. Für euch wird es einfach morgen weitergehen. Für mich werden das wieder ein paar Tage Wartezeit sein. Aber was soll's. Vielleicht habe ich bisher auch rausgefunden wofür diese komischen ja ich nenne es einfach mal Sonden sind die wir da überall sehen. Kann ich gleich mal nachgoogeln. Aber jetzt erstmal Tschüssi Kowski und Ciao.